Wie schaut es aus an diesem langen Einkaufssamstag mit dem Handel? Ich bin hier in der Salzburger Altstadt, genauer gesagt bei Miss Fashion am Mozartplatz und habe jetzt Frau Schirlbauer bei mir. Frau Schirlbauer, heute erster langer Einkaufssamstag in Salzburg. Wie läuft es, wie sind Sie momentan zufrieden mit der Frequenz und natürlich auch mit den Umsätzen? Die Frequenz ist derzeit natürlich etwas geringer als sonst, aber der Kunde, der kommt, besonders unsere Salzburger, sind sehr brav beim Kaufen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie bewusst in die Stadt kommen und bewusst in der Stadt kaufen. Ja, es gibt ja viele Einkaufszentren hier im Umland, aber für Sie natürlich ist es wichtiger, nachdem es jetzt ja auch keine Touristen gibt, dass die Salzburger kommen. Sind Sie auch kaufwütig, das heißt, haben Sie auch das lockere Geldbörsel, das ja vor Weihnachten sehr wichtig ist und die Leute haben ja alle ein Weihnachtsgeld bekommen? Kaufwütig würde ich jetzt nicht sagen, Sie sind schon etwas zurückgenommen, aber bewusst, das ist wichtig und Sie schauen bewusst auf die Kollektionen und auf die Ausführungen, Qualitäten und das soll es ja sein. Es soll nicht die Kaufwut sein, sondern der bewusste Einkauf. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass hier in Salzburg bewusst eingekauft wird und natürlich auch bewusst in der Salzburger Altstadt, um eben die heimische Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten wieder anzukurbeln.